Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer feierlichen Immatrikulation. Ein Studium zu Beginn ist ja ein Schnitt im Leben generell und im beruflichen Leben sowieso. Damit das klappt, dabei wollen wir Ihnen helfen. Sie beginnen jetzt praktisch mit der Brücke sozusagen für den Einstieg in die Wirtschaft. Neugier, Wissbegier, Offenheit für Neues. Angefangen haben Sie, wir wollen Sie gerne unterstützen beim Dranbleiben und beim Abschluss. Wir freuen uns mit Ihnen dann wieder zu feiern. Und ich kann nur sagen, herzlich willkommen an der BBW-Hochschule. Und ich kann nur sagen, herzlich willkommen an der BBW-Hochschule. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020